Hallo und herzlich Willkommen zu Mathematik macht Freude, Freunde zum Arbeitsblatt der Polynomendivision. Mein Name ist Ottmar und ich bin dein Coach, der dich durch diesen Videozyklus begleiten wird. Falls du das Arbeitsblatt noch nicht zur Hand hast, kannst du es auf der unten angeführten Webseite herunterladen. Ich empfehle dir, dieses immer ausgedruckt bei dir zu haben, um so gleich während den Videos mitrechnen zu können. Worum geht es nun in dieser Videoreihe? Wie der Name schon sagt, werden wir uns mit der Polynomendivision auseinandersetzen. Beginnen werden wir damit, dass wir einfache Divisionen mit und ohne Rest durchbesprechen. Ebenso werden wir jeweils danach die Polynomendivision auch ohne, aber auch mit Rest durchbesprechen. Wenn du dich nun fragst, wofür du eigentlich die Polynomendivision brauchst? Nun ja, vielleicht hast du schon ein derartiges Integral gesehen, wo wir ein Polynom durch ein anderes Polynom dividieren. Und um dies leichter zu gestalten, benötigst du die Polynomendivision. Im folgenden Video werden wir uns nun mit der Division ohne Rest beschäftigen.